Ich habe diesen Parasiten in meinem Gesicht gefunden und du hast ihn mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch. Welchen Schaden können diese Kreaturen verursachen, was kann man dagegen machen und was zum Teufel ist das überhaupt? Das hier ist eine Milbe aus der Gattung Demodex, ein Spinnentier, das in der Haut von den meisten Menschen lebt. Eine Demodex wird nur etwa 0,3 mm groß. Mit freiem Auge ist sie nur sehr schwer zu erkennen. Auf deiner Haut wirst du sie auch nicht finden, weil sie nicht auf, sondern in deiner Haut lebt. Genauer gesagt lebt sie an den Follikeln deiner Haare, bevorzugt im Gesicht, im Bereich der Augen. Demodex ist ein Teil unseres normalen Hautmikrobiomes. Das Hautmikrobiom ist eine Gemeinschaft an ganz vielen kleinen Lebewesen, die auf und in deiner Haut leben. Bakterien, Pilze und eben auch Tiere wie zum Beispiel Demodex. Ja, du bist niemals alleine. Kannst du daran denken? Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, du bist einsam, sei dir dessen bewusst, dass wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment lauter kleine Spinnentierchen durch dein Gesicht krabbeln. Die Leute werden mich so hassen wieder für dieses Video. Das ist mir wurscht. So, und jetzt denkst du wahrscheinlich, aber ich wasche mir täglich das Gesicht und gehe duschen und bin ganz ein sauberes Wesen. Tja, egal wie sauber du bist, das hat überhaupt nichts mit Hygiene zu tun. Du hast diese Viecher in deinem Gesicht. Wenn ich nun aber sage, dass diese Milbe ein ganz normaler Teil von unserem Hautmikrobiom ist, warum verwende ich dann den Begriff Parasit? Denn mit einem Parasiten infiziert man sich ja und der Parasit verursacht normalerweise auch Symptome, weil er irgendeinen Schaden anrichtet. Nun, man muss dazu verstehen, was ein Parasit überhaupt ist. Ein Parasit ist ein Lebewesen, das in oder auf einem anderen Lebewesen lebt und auf irgendeine Art und Weise davon profitiert, während er diesem Lebewesen keinen direkten Nutzen bringt und normalerweise auch einen Schaden verursacht. Demodex verursacht normalerweise keine Symptome, aber eben nur normalerweise. Ja, und Nutzen haben wir, soweit die Wissenschaft jetzt das sagen kann, keinen großen von diesen Dingen. Ja, vielleicht haben wir auch einen Nutzen davon, aber das wäre dann immer noch zu erforschen. Schau mal, ich werde dir jetzt etwas über Parasiten erzählen und das wird ein ganzes Bild, das du von Parasiten hast, über den Kopf werfen. Parasiten sind von ihrem Wirt abhängig. Das bedeutet, es wäre für den Parasiten ein Nachteil, wenn er seinen Wirt zu sehr schädigen oder sogar töten würde. Also geht die Evolution der Parasiten oft in die Richtung, dass sich der Parasit an seinem Wirt anpasst, indem er versucht, möglichst unauffällig zu sein und möglichst wenig Schaden im Wirtorganismus anzurichten. Dadurch verursacht er natürlich auch viel weniger Symptome. Hinzu kommt jetzt, dass sich nicht nur die Parasiten an uns anpassen, sondern auch unsere Körper passen sich an die Parasiten an. Dann kann es zum Beispiel sein, dass unser Körper den Parasiten irgendwann mal einfach akzeptiert und aufhört, ihn zu bekämpfen. So nach dem Motto, wenn du keinen Schaden verursachst, darfst du meinetwegen hierbleiben. Das ist aber immer noch nicht das Ende. Parasit und Wirt können sich so gut aneinander anpassen, dass dich der Parasit plötzlich sogar stärker macht. Zum Beispiel, indem er mit dem Immunsystem auf eine ganz spezielle Art und Weise interagiert und dieses dadurch trainiert und du dadurch resistenter gegen Krankheiten oder Allergien wirst. Das kann dann so weit gehen, dass es dem Wirt sogar schlechter gehen würde, wenn er seinen Parasiten nicht hätte. In diesem Fall sprechen wir dann aber nicht mehr von einem Parasitismus, sondern von einer Symbiose. Eine Symbiose ist eine Lebensgemeinschaft, bei der beide Parteien etwas voneinander haben und sich nicht mehr schädigen. Die meisten Bakterien, die heute auf und in dir leben und teilweise lebenswichtig sind, könnten also in der Vergangenheit irgendwann einmal durchaus einfach Parasiten gewesen sein, die uns befallen haben und die uns vielleicht sogar sehr krank gemacht haben. Beziehungsweise nicht uns Menschen, sondern unsere Vorfahren. Und Demodex ist jetzt genau auf diesem evolutionären Übergang. Sie lebt in unserem Körper, profitiert von uns, während wir nichts davon haben, aber im Normalfall verursacht sie auch keine Schäden mehr. Allerdings kann diese Milbe unter gewissen Umständen trotzdem sehr unangenehm werden. Insbesondere, wenn sie in großen Zahlen in unserer Haut vorkommt. Dann kann es zu Hautproblemen kommen, zu chronischen Ausschlägen, zu Rötungen, zu Ekzemen im Gesicht und zu einer Entzündung der Haut. Sowas kann dann passieren, wenn das Hautmikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät. Zum Beispiel, wenn man sich das Gesicht zu oft mit Seife wäscht oder wenn man seine Haut zu oft mit billigen oder aggressiven Kosmetikprodukten behandelt. Was können wir jetzt dagegen machen? Naja, wenn die Milbe keine Symptome verursacht, brauchst du gar nichts zu machen. Wenn sie aber Symptome verursacht, kannst du dir den menschlichen Körper wie ein Ökosystem vorstellen. Ja, du bist ein Ökosystem. In einem gesunden Ökosystem können sich Schäden von alleine reparieren. Dieses Video hier ist kein ärztlicher Ratschlag. Aber generell kann man solche Probleme lösen, indem man das natürliche und gesunde Hautmikrobiom wiederherstellt. Wie funktioniert das? Zum Beispiel, indem man auf eine sanfte Pflege der Haut umsteigt, zum Beispiel nur mehr mit Wasser waschen oder nicht zu viele Kosmetikprodukte verwenden. Raus an die frische Luft gehen, Sport machen, sich gesund ernähren und allgemein einen gesunden Lebensstil pflegen. Dann wird sich höchstwahrscheinlich auch die Haut wieder erholen. Ein gesunder Lebensstil kann Berge versetzen. Ich selber habe es geschafft, durch meine gesunde Lebensweise immun gegen einen der gefürchtetsten Parasiten Europas zu werden, und zwar gegen Zecken. Wenn du sehen willst, was da im Körper passiert und wie ich das geschafft habe, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.